Hey YouTube, bevor es losgeht, unterstützt mich doch gerne mit einem Follow oder werde Mitglied dieses Kanals und erhalte exklusive Inhalte und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, gute Neuigkeiten, die 6 Major sind bekannt gegeben worden, denn am 16. August bis zum 22. August findet in Mexiko das Major-Turnier von Rainbow Six Siege statt. Und wie zu jedem neuen Rainbow-Turnier erwarten wir uns auch wieder Twitch-Drops, hier in Form von E-Sport-Packs. Hier gibt es zwei neue Inhalte, einmal für Alibi und einmal für Blitz. In den Packs ist es möglich, 16 Items zu erlangen. Zu dem jetzigen Turnier könnt ihr nämlich 4 Items für 4 Operator sammeln. Einmal für Pro League Nomad, denn das E-Sport Blitz Set, das E-Sport Alibi Set und das Pro League Castle Set. Jedes Set beinhaltet eine Kopfbedeckung, eine Uniform, ein Talisman und ein Waffenskin. Und hiervon könnt ihr eine Sache in den E-Sport-Packs bekommen. Das war es erstmal mit den Infos zu dem 6 Major-Turnier. Weitere Infos folgen in Kürze. Falls ihr eure Twitch-Drops noch nicht aktiviert habt, dazu habe ich zahlreiche Videos auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Schaut da gerne mal vorbei. Oben rechts verlinke ich auch ein Video dazu. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Viidoolie Musik 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 Musik